In diesem Video geht es um die Produktverwaltung des Affiliate Themes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit der Produktverwaltung zu beginnen. Zunächst einmal, wenn ein Produkt schon importiert ist und man das auf seiner Startseite hier hat, kann man auf der jeweiligen Produktseite einfach auf Produkt editieren klicken und kommt dann ins Backend. Es gibt da allerdings auch eine andere Variante. Man kann einfach hier natürlich auch übers Backend unter dem Punkt Produkte gehen und dann sieht man dort die Liste aller importierten Produkte. Wir gehen jetzt mal wieder zurück in die tatsächliche Bearbeitungsoberfläche. Die sollte einem recht bekannt vorkommen, denn sie ist bis auf gewisse Ausnahmen deckungsgleich mit den Beiträgen und den Seiten im WordPress-System. Also auch hier hat man seinen Titel, seine Veröffentlichungsoptionen, den Inhaltsbereich etc. Was hier allerdings hinzukommt, ist zunächst einmal alles, was im Bereich der eigenen Felder passiert. Das haben wir in einem Video zuvor zu den eigenen Feldern detaillierter besprochen. Und außerdem hier unten noch ein Teil des Affiliate-Teams, wo mehr zum Produkt als solchen definiert werden kann und damit möchten wir uns in diesem Video beschäftigen. Bei regulären Seiten oder Beiträgen ist dieser Bereich hier, also der Inhaltsbereich, ja eigentlich die komplette Seite, abgesehen vom Titel. Das ist hier bei der Produktbearbeitung etwas anders, denn der Bereich, den man hier eingibt, ist nur das, was unterhalb des Produktes unter diesem Tab Beschreibung hier angezeigt wird. Das heißt, hier sieht man, da ist eigentlich noch gar nichts da. Deswegen kopieren wir jetzt einfach mal ein bisschen Beispieltext in diesen Bereich und aktualisieren das Produkt. Und jetzt, wenn wir das Frontend einmal aktualisieren, können wir sehen, dass genau dieser Text auch in dem Beschreibungstab wiederzufinden ist. Neben diesem Teil hier, den wir in dem Beschreibungstab wiederfinden, haben wir noch die anderen Optionen, die sich hier unten zeigen. Also erstmal die Monitoreigenschaften, haben wir schon kurz drüber gesprochen, dass es einfach hier nur die eigenen Felder praktisch wiedergibt und man hier die ganzen Daten, die dieses Produkt ausmacht, definieren kann. Also das ist ganz wichtig, dass hier möglichst viel angegeben ist. Ist aber recht selbsterklärend, solange man die eigenen Felder richtig eingegeben hat, beziehungsweise definiert hat. Und hier unten kommt dann eigentlich der interessante Teil. Da kommen wir in dieses Produktmanagement rein und da beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem Tab allgemein. Also der erste Punkt hier ist einfach eine EAN, also ich glaube, es ist eine europäische Artikelnummer. Also das ist praktisch wichtig, um erstmal das Produkt als solches im System zu identifizieren, vor allen Dingen beim Preisvergleich. Warum? Weil man ja Produkte nochmal von verschiedenen Anbietern importieren kann. Also hier unten sieht man in diesem Preistab, okay, hier ist ein Preis sozusagen hinterlegt, und zwar der von Amazon. Man könnte ja aber hier auch noch, sage ich mal, drei, vier andere Zulieferer, wie etwa Ebay oder andere haben. Und da ist es wichtig, dass man hier halt einmal diese globale Nummer hat, die grundsätzlich für das Produkt gilt. Dann haben wir ja in einem vorherigen Video schon definiert, ob ein Preisvergleich angezeigt werden soll oder nicht. Wenn man bei dieser Einstellung, die man hier unten in den Optionen getroffen hat, übernehmen will für dieses Produkt, dann kann man einfach sagen, globale Einstellung übernehmen. Oder man sagt, gut, ich möchte es irgendwie bei diesem Produkt spezifisch anders machen, dann kann man das hier wählen. Genauso kann man einfach grundsätzlich sagen, ich möchte den Preisvergleich gar nicht anzeigen. Alles, was wir hier in dem unteren Bereich sehen, also hier in dem Fall der Produktimport von Amazon, das wird in der Regel automatisch erstellt und auch automatisch aktualisiert, weil der Preis natürlich auch variabel ist und entsprechend sich auch dieser Wert dann ändert. Rein theoretisch kann man hier auch alles manuell anpassen. Und hier können, wie gesagt, auch mehrere Einträge, also verschiedene Anbieter sein. Was ist dieser Hinweis? Also wenn wir uns nochmal das Frontend anschauen, sehen wir, dass hier unten ein Hinweis für den Preis angegeben ist, und zwar der Hinweis auf die gesetzliche Mehrwertsteuer und die letzte Aktualisierung des Produktes. Den kann man hier rein theoretisch ersetzen. Also wenn ich jetzt hier einfach mal ABC eintrage, dann wird der Standardwert zumindest für diesen gesetzlichen Mehrwertsteuersatzteil hier ersetzt. Das muss man nicht machen, vor allem insbesondere sollte man das eigentlich nur richtig hier in den Optionen definieren, was da stehen sollte und in der Regel braucht man das nicht. Man kann es genauso ausblenden, dann wird es gar nicht angezeigt. Noch einen letzten Punkt hier oben zu den einzelnen Portalen und deren Preisen, die eingetragen sind. Also hier unten ist natürlich der Link drin. Das ist mit natürlich das Wichtigste, dass der korrekt ist, weil hier auch die Affiliate-ID in diesem Link mit integriert ist und insofern auch sichergestellt wird, dass einem die Provision, die einem durch die Weiterleitung zusteht, ausgezahlt wird. Aber da man ja über die entsprechenden Importfunktionen vom Affiliate-Team dort, also in dem Import-Tab, eigentlich seine Affiliate-Team und vor allem auch die Affiliate-ID des jeweiligen Partners hinterlegt hat, braucht man hier nichts mehr zu ändern und sollte man eigentlich auch nicht, weil das Produkt schon mit der eigenen ID importiert wird und insofern das auch vermerkt ist. Hier unten sind noch drei weitere Optionen. Einmal kann man den Preis verstecken, sprich, das wäre einfach komplett weg hier der Preis und das steht einfach nur noch jetzt bei Amazon kaufen, also nur noch der Button ist da. Das kann man machen. Der nächste Punkt ist das Fake-Produkt. Das ist auch nochmal ganz interessant. Wollen wir auch einfach mal aktivieren, um zu zeigen, wie das geht. Also das heißt, wenn der Kunde irgendwo auf der Webseite auf das Produkt klickt, dann kommt er direkt auf die Seite des Affiliate-Partners. Das heißt, wenn man ein Produkt von Amazon importiert hat, der Monitor ist auf der Seite, dann kommt man nicht mehr auf die Produktseite, auf der eigenen Seite, sondern man wird direkt zum Partner weitergeleitet. Also insofern wollen wir das einmal zu Versuchszwecken aktualisieren und aktivieren. Und jetzt bin ich hier nochmal auf unserer Startseite, wo wir diese kleine X-Achsen-Tabelle eingefügt haben und die möchte ich doch mal aktualisieren. Und das war jetzt das Produkt, was wir gerade bearbeitet haben. Ja, da sieht man, der Detail-Button ist komplett weg und wenn man auf Kaufen klickt, geht es direkt auf Amazon. Also das ist im Prinzip das, was das Fake-Produkt macht. Und diese Unterseite ist dann eigentlich gar nicht mehr abrufbar. Also wenn man das Produkt sozusagen direkt den Sale machen will und nicht mehr diese Unterseite mit den Informationen haben möchte, dann lohnt es sich, es als Fake-Produkt zu definieren. Dann noch eine Anmerkung zu der Fake-Produkt-Option. Da haben wir das jetzt individuell hier eingeschaltet. Ich gehe nochmal ganz kurz rein, dass dieses einzelne Produkt direkt auf Amazon weiterleiten soll, wenn man das ganz individuell für dieses Produkt handhaben möchte, hier über die Fake-Produkt-Option, die ich jetzt auch mal wieder deaktivieren werde. Man kann ja aber auch den Ansatz wählen, dass die komplette Seite so funktionieren soll. Also dass sozusagen die ganze Seite ein Fake-Shop ist und es nicht nur individuelle Fake-Produkte gibt. Dazu auf jeden Fall nochmal das Produkt-Video anschauen und hier kann man schon im Allgemeinen sagen, okay, alles soll ein Fake-Shop sein und alle unter Links werden sozusagen abgeschaltet. Das wollen wir hier nicht machen, ist aber theoretisch möglich und man sollte die Unterscheidung zwischen Fake-Shop und Fake-Produkt dann doch kennen. Jetzt haben wir uns ausführlich mit dem Allgemeinen-Tab auseinandergesetzt und gehen weiter zu den weiteren Informationen. Widmen wir uns erstmal den beiden Ersten hier. Also wir können definieren, ob das Produkt hervorgehoben werden soll. Ich mache das jetzt erstmal, dann schauen wir uns das an, dann versteht man es auch besser. Wir nennen das jetzt einfach mal Produktempfehlung als Dummy-Text und sagen, okay, wir möchten das jetzt überall eigentlich hervorheben als ein Produkt, das wir empfehlen können. Der Knackpunkt dabei ist, dass sich diese Information an verschiedenen Stellen wiederfindet. Fangen wir mal hier mit unserer Startseite an und wieder dieser Übersichtstabelle, wenn wir die aktualisieren, können wir sehen, dass jetzt hier ein Batch sozusagen angezeigt wird. Also so ein kleiner Button hier, also kein Button, den man klicken kann, aber im Prinzip ein Hinweis darauf, das ist hier die Produktempfehlung. Das heißt, das kann man hier definieren, wird dann aber zum Beispiel auch bei Filterergebnissen oder anderen Darstellungsformen angezeigt. Ja, zum Beispiel hier in dieser Listen an sich findet sich das auch wieder. Das heißt, es muss man sich im Klaren sein, diese Optionen, die man da definiert, hier finden wir es auch wieder, die kommen dann an ganz vielen verschiedenen Stellen wieder und insofern ergibt es sehr viel Sinn, das auch zu tun. Im nächsten Bereich unter weitere Informationen kann eine Bewertung und dazu noch die Anzahl der Bewertungen hinterlegt werden. Also jetzt in unserem Beispiel ist es ja ein Produkt, was von Amazon kommt, da kann man ja sowohl eine Sternebewertung hinterlassen als auch Text und oder Bilder und natürlich ist da auch immer ganz wichtig, wie viele Leute haben das denn überhaupt so abgestimmt. Mittlerweile kann man das nicht mehr aktualisieren, automatisch von Amazon heraus, sondern muss das, wenn, dann manuell eingeben. Aber wollen wir uns mal von Amazon lösen, es gibt ja auch viele Affiliate-Partner, wo das vielleicht nicht so übernommen wird und man das manuell eintragen möchte, dann ist das hier möglich. Da kann man die Sterne hier definieren und wie viele Leute denn dafür abgestimmt haben. Also eigentlich auch nicht so wild. Wir können uns das nochmal im Frontend anschauen. Wenn man das dann entsprechend aktiviert hat, wird das auch hier angezeigt. Das ist jetzt aber erstmal nicht so interessant. Wir wollen vor allen Dingen uns mal dieser Kurzbeschreibung hier widmen und dazu kopiere ich nochmal etwas Text drüber. Den tun wir hier rein und aktualisieren das Produkt einmal und schauen uns das Ganze im Frontend an. Und da sieht man, dass dieser Kurzbeschreibungstext unterhalb des Preises und der Produktinformation und überhalb der Tabs angezeigt wird. Das heißt, hier kann man wirklich die in Anführungsstrichen Short Conclusion oder sowas einfügen. Also wenn man da wirklich was ganz Wichtiges nochmal hervorheben möchte. Und selbstverständlich handelt es sich hierbei auch einfach um ein HTML-Feld. Also wenn man hier irgendwie was Interessanteres einfügen möchte oder gar Shortcodes, das ist das alles theoretisch möglich. Also da ist einem sehr viel Raum für die eigene Umsetzung gelassen. So, im nächsten Schritt können wir die Highlights definieren. Die Highlights finden sich vor allen Dingen oder ausschließlich in dem Hover-Effekt in der Grid-Übersicht wieder. So, das ist jetzt irgendwie erstmal recht unkonkret. Was das heißt, ich gehe nochmal auf unsere Startseite zurück. Ja, da haben wir hier zwei Produkte hinzugefügt und das ist eben so eine Grid-Übersicht. Und wenn man da drüber fährt, dann öffnet sich hier dieses zusätzliche Fenster, wo man nochmal die Bilder durchgehen kann und die Buttons erscheinen. Jetzt kann da aber auch Text angezeigt werden in diesem Hover-Effekt. Und dafür nehmen wir uns wieder unseren Beispiel-Text und packen den mal rein in dieses Produkt. Und sobald das abgespeichert ist, aktualisieren wir unsere Startseite. Jetzt nochmal ein zweiter Refresh. Und wenn man drüber fährt, sieht man, okay, hier wird dieser Text angezeigt. Jetzt nochmal ein kurzer Querverweis. Also wenn das jetzt beispielsweise nicht angezeigt wurde, das ist mir jetzt gerade passiert, okay, ich habe das jetzt hier gerade entsprechend definiert in dem einzelnen Produkt, es erscheint aber nicht. Woher kommt es denn? Da muss man einfach immer wieder hier in seine allgemeinen Optionen reingehen und drüber nachdenken, was man da eigentlich definiert hat. Und dann kann man hier zum Beispiel unter Sonstiges bei den Produkten sagen, Text im Overlay verstecken. So welche Optionen gibt es dann halt manchmal, denen muss man sich bewusst sein. Und wenn man da einfach nochmal reinschaut, dann funktioniert das auch. Im nächsten Schritt schauen wir uns den Tab Ähnliche Produkte an. Hier gibt es zwei Optionen, ähnliche Produkte anzuzeigen. Zunächst einmal, wo finden wir das überhaupt? Hier im Frontend gibt es einen Tab, der da heißt Ähnliche Produkte und da kann eine Liste aller Produkte, die als ähnlich definiert sind, angezeigt werden. Jetzt ist nur die Frage, wie definiert man das? Also hier unten kann man das manuell verknüpfen. Das heißt, man klickt jetzt einfach hier Produkte an, wo man sagt, okay, das könnte den Kunden auch interessieren, wenn er hier sich gerade diesen Monitor anguckt. Aber da muss ich jetzt doch nochmal kurz einen Querverweis in die allgemeinen Optionen machen. Denn in den Produktoptionen unter Single kann man nämlich sagen, okay, erstmal ja, ähnliche Produkte sollen angezeigt werden und zwar automatisiert. Und da kann man eben sagen, nach einem gewissen Filter und zwar nach einem Taxonomiefilter. Und das ist natürlich wesentlich intelligenter, weil dann werden alle Produkte der zugeordneten Taxonomie angezeigt. Und da ist das System ja intelligent genug, um zu sagen, okay, das ist ein Gaming-Monitor und ich habe jetzt genau einen anderen im System und ich habe jetzt mal hier nichts eingefügt, also nichts angeklickt. Es gibt ja jetzt auch gerade nur die zwei. Und wenn man dann hier nochmal ins Frontend geht, dann sieht man bei ähnliche Produkte, da zeigt er mir auch direkt den anderen an, weil er halt weiß, dass er hier in der gleichen Taxonomie unterwegs ist. Ist eigentlich der intelligentere Weg, aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt irgendwie gerade bei dem Produkt nicht möglich oder ich möchte das nicht so machen, dann kann man die auch manuell hinzufügen. So, im nächsten Schritt schauen wir uns den Tab Zubehör an. Der funktioniert sehr ähnlich wie ähnliche Produkte und wird per se jetzt nicht angezeigt, solange man da nichts definiert. Jetzt habe ich leider nicht viel im System, deswegen füge ich da einfach genau den gleichen Monitor wie auch bei ähnlichen Produkten hinzu, damit wir uns das mal anschauen können. Und nachdem man hier die Produktseite aktualisiert, sieht man auch, dass nun Zubehör angezeigt wird. Hier sollte selbstverständlich etwa jetzt ein HDMI-Kabel oder dergleichen angezeigt werden, aber das Prinzip wird klar, ja, also hier kann genauso in einer Listenform in diesem Fall die entsprechenden Zubehörprodukte angezeigt werden, in einer ähnlichen Form wie die ähnlichen Produkte. Noch eine Bemerkung zu den Tabs, die hier angezeigt werden. Also, vielleicht sitzt du jetzt zu Hause und versuchst es nachzubauen und stellst halt fest, dass dir tatsächlich diese ganzen Tabs trotz Definition hier in dem jeweiligen Produkt überhaupt nicht angezeigt werden und fragst dich, was ich hier die ganze Zeit erzähle. Das mag daran liegen, dass in den Grundeinstellungen des Affiliate-Themes die entsprechenden Punkte nicht richtig gesetzt sind. Also, ich verweise nochmal hier auf die Single-Unterseite von Produkte, wo man eben erstmal ganz viele Sachen deaktivieren beziehungsweise aktivieren kann. Also, hier sind die ähnlichen Produkte aktiviert, das Zubehör ist aktiviert, die Produktdaten sind aktiviert und nicht global zum Beispiel kann man auch alle Tabs deaktivieren. Also, wenn das zum Beispiel der Balken hier noch drüber geschoben ist, na klar, dann sieht man hier eigentlich gar nichts außer Text halt. Dessen sollte man sich im Klaren sein, dass immer gegenchecken, wenn irgendwas nicht funktioniert, heißt das nicht, dass man was falsch gemacht hat, sondern vielleicht einfach die Option dann am Anfang nicht richtig gesetzt hat. Im nächsten Schritt schauen wir uns den Tab Galerie an. Hier können wir definieren, welche Bilder hier im Frontend angezeigt werden, also hier immer auf der Produktseite, aber selbstverständlich auch in allen anderen Bereichen, wo das Produkt zu sehen ist. Grundsätzlich hier die Bilder werden automatisch, zumindest im Falle von Amazon, mit importiert. Das heißt, die Bilder werden vom Amazon-Server gezogen und auf den eigenen Server übertragen. Das heißt, sie sind im WordPress-System drin. Hier kann man aber auch manuell noch weitere Fotos hinzufügen. Das ist das eine. Und das andere ist auch das Einbinden externer Quellen. Also wenn man jetzt, sag ich mal, auf dem externen Server Bilder liegen hat oder da verlinkt und die nicht auf dem eigenen Server sind, kann man über Eintrag hinzufügen die entsprechende Bild-URL, den Alltag eingeben und definieren, ob dieses Bild angezeigt werden soll oder nicht. Aber im Prinzip, ja, wenn einem ein Bild hier nicht passt, kann man es einfach rauslöschen und dann wird es auch auf der Startseite beziehungsweise auf der Produktseite nicht mehr angezeigt. Der nächste Tab ist der Tab Bewertung. Hier kann man eine individuelle Bewertung, das heißt, eine eigene Bewertung des Produkts vornehmen. Sprich, das sind nicht irgendwelche Ergebnisse, die jetzt von Amazon rübergezogen werden, sondern etwas, was man individuell erstellt. Grundsätzlich kann man hier sich erstmal dafür entscheiden, was für ein Stil man wählen möchte. Also sollen die einzelnen Unterpunkte in Prozent bewertet werden oder auf einer Punkteskala, wo man dann auch den maximalen Wert selbst bestimmen kann. Wir belassen es zunächst mal bei der Prozentskala und dann kann hier Eintrag für Eintrag hinzugefügt werden und dann könnte hier zum Beispiel so etwas stehen wie Verarbeitungsqualität und hier wird dann ein Wert zwischen 0 und 1 zugewiesen, also ein prozentualer Wert. Da könnte man jetzt zum Beispiel 80 sagen, gute Verarbeitung, also einfach einen Hinweis und dann einfach noch einen hinzufügen. Ich trage jetzt einfach mal irgendetwas ein und wir tragen mal verschiedene Prozentwerte ein, damit wir sehen, wie sich das im Frontend widerspiegelt. So, und dann nehmen wir noch einen ganz niedrigen Wert. Nehmen wir es einfach mal Kriterium 3 mit 20. Und abschließend nehmen wir noch einen sehr, sehr hohen Wert mit 99 Prozent. Hier einfach nochmal ein kleiner Hinweis. Dann können wir noch ein Fazit definieren. Auch hier trage ich jetzt einfach mal was ein und noch ein Datum, wann das Review erstellt wurde. Dann nehme ich einfach mal heute. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich da in unserem Frontend verändert. Wenn wir hier einmal auf Aktualisieren klicken, dann erscheint hier gleich auch der Bereich des Reviews. So, nach erneutem Aktualisieren sieht man, dass sich hier ein neuer Bereich aufgetan hat, und zwar direkt unter den Bildern und der Produktübersicht sowie dem Preis, nämlich der Bewertungsteil. Und da können wir jetzt erstmal rechts sehen, okay, hier werden die eingegebenen Prozentwerte mithilfe eines Balkens dargestellt und abhängig von der Prozentzahl, die man da eingegeben hat, verändert sich auch die Farbe. Das heißt, von Rot nach Grün im Prinzip, wobei Grün das Beste und Rot das Schlechteste ist. Links wird das entsprechende Kriterium angezeigt und rechts haben wir den Hinweis, den wir ja auch angegeben haben. Hinzu kommt die Gesamtbewertung. Das ist dann einfach der Durchschnitt der Prozentwerte, die wir definiert haben und das Fazit, was wir gerade eingegeben haben. Unten wird noch das Datum angezeigt, wann haben wir das eigentlich so definiert. Die Werte, die wir für die Review eingegeben haben, finden sich natürlich nicht nur auf der Produktseite wieder, sondern in verschiedenen Bereichen der Website. Also wenn wir nochmal auf unsere Startseite gehen und in die X-Achsen-Vergleichstabelle, wäre es ja nun schön, wenn auch hier entsprechend diese Bewertung angezeigt wird. Das geht auch an sich. Also wenn man dann hier diese Seite bearbeitet und in den jeweiligen Shortcode reingeht, in diesem Fall ist das ja für die X-Achsen-Darstellung, da gibt es einen Punkt, der da heißt Review und da ist der Wert False eingetragen. Ganz einfach nur True sagen, also der soll mal schön die Bewertung anzeigen. Wenn man das macht und aktualisiert, dann sieht man, aha, okay, hier wird das Review angezeigt und zwar der Durchschnittsprozentwert und entsprechend das Fazit, was wir dort eingegeben haben. So, im nächsten Schritt möchten wir uns um die Sidebar kümmern, die hier rechts neben den einzelnen Tabs angezeigt wird. Und zwar haben wir da jetzt eine Sidebar, die auch in der Form hier bei unserem Block besteht, allerdings so hier auch auf der rechten Seite, aber genau die gleichen Widgets, die da drin sind. Und die ergeben ja für eine Produktseite herzlich wenig Sinn, also man will da nicht jetzt ein Archiv der Blogs oder irgendwie einen Kalender abrufen, sondern vielleicht weitere Informationen zu dem Produkt selber oder zu Produkten, die er noch interessieren könnten. Und dazu muss man ein, zwei Schritte gehen, ist aber eigentlich auch nicht schwierig. Zunächst einmal muss man ein Plugin installieren und dieses Plugin heißt Woo Sidebars. Also klicken wir einfach bei den Plugins einmal auf Installieren und geben hier Woo Sidebars ein. Und das ist dann auch hier das Erste und zwar ist das von WooCommerce, also das ist der, oder das Entwicklerteam. Sobald es installiert ist, müssen wir es einmal aktivieren. Das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert es nicht und wird uns auch jetzt hier unserer Plugin-Liste angezeigt. Was macht denn dieses Plugin? Also wenn wir jetzt hier auf Design gehen, hatten wir gut über unsere Widgets, da habe ich ja auch in früheren Videos schon drüber gesprochen, aber jetzt ist ja was Neues hier und zwar die Widget Areas. Und das ist sozusagen die Funktion des Plugins. Hier kann man nämlich individuelle Widget Areas bestimmen. Also weil vorher hatten wir hier bei den Widgets, gibt es ja so vordefinierte Bereiche, die allgemeine Sidebar, oft dann irgendwie noch den Futter, den man hinzufügen kann, etc. Aber nicht sozusagen eine eigene individuelle Sidebar, die halt nur an einem ganz bestimmten Punkt auf der Website angezeigt wird. Und das wollen wir ja, also nur auf den Produktseiten. Und ich nenne diese Widget Area jetzt einfach mal Produktseiten-Sidebar und klicke einfach erstmal auf Veröffentlichen. Da ist jetzt nur in unserem System drin, also keine Sorge. Description kann man erstmal ignorieren, genauso den Auszugs brauchen wir hier eigentlich überhaupt nicht. Und dann gehen wir hier in diesen Conditions-Bereich. Und da muss man einmal auf Advanced klicken, damit uns auch alle Arten hier angezeigt werden können. Und da kann man sich dann so ein bisschen durchklicken. Und da sieht man, okay, hier sind ganz viele verschiedene, da muss man ein bisschen schauen. Aber für das, was wir jetzt haben wollen, wollen wir, dass das ja auf jeder einzelnen Produktseite erscheint. Und da gibt es hier diesen Punkt Post Types und da gibt es den Punkt Each Individual Produkt. Also das ist ja das, was wir wollen. Auf jeder individuellen Produktseite soll dieser Filter angezeigt werden. So, da klicken wir dann einmal auf Aktualisieren und dann gehen wir in unsere Widgets-Area rein und wir sehen, aha, hier gibt es jetzt nicht nur noch die allgemeine Sidebar, sondern auch die Sidebar, die wir gerade definiert haben. Und das ist jetzt eigentlich nur noch ein letzter einfacher Schritt und zwar muss man dieses Widget von uns, das da heißt Produktinfo, einfach zu der entsprechenden Widget-Area, die wir definiert haben, hinzufügen. Das heißt, da klickt man einmal auf Widget hinzufügen und jetzt ist das in diesem Bereich drin. Da muss man auch jetzt nicht noch einmal auf Speichern klicken, das ist schon gespeichert. So, nachdem wir diese Vorarbeit geleistet haben, also diese Widget-Area definiert, die sich nur auf die einzelnen Produktseiten bezieht, gehen wir wieder zurück zu unserem Beispielprodukt, hier, wo wir vorher schon waren. Und da ist dann der letzte Punkt hier unten, der letzte Tab, ist Sidebar. Da ist ja auch nochmal der Hinweis auf das, was ich im Prinzip gerade gesagt habe, ein bisschen kürzer, aber das ist es im Prinzip und dass man, wenn das jetzt nun so eingerichtet ist, wie wir es gerade gemacht haben, hier auch eine individuelle Sidebar definieren kann. So, ich nenne das jetzt einfach mal Test-Sidebar und mache dann hier noch ein bisschen Beispieltext rein, klick auf Aktualisieren und dann schauen wir uns das mal an. Und da sieht man, gut, rechts hatten wir jetzt vorher, da einfach unsere Standard-Sidebar, die hat da überhaupt nicht reingepasst und jetzt haben wir da diesen Bereich definiert. Und da ist jetzt vielleicht ein Text gar nicht so sinnvoll, man kann da natürlich auch alles andere reinziehen. Erstmal hier bei jedem individuellen Produkt kann man das über Shortcodes machen, aber zusätzlich kann man natürlich auch in dieser Widget-Area, die wir definiert haben, auch andere Widgets reinziehen. Also wenn da zum Beispiel immer eine Produktempfehlung sein soll oder einen Link, das ist natürlich auch sehr sinnvoll. auch immer um das court. Und da sind jetzt,